Hallo und da sind wir wieder, kurz bevor es weiter geht. Vorhin vor kurz habe ich aus Versehen, als er mich fragt und die Aufnahme beendet war. Neubeleben? Ich sagte natürlich nein. Also ich musste anfangen beim letzten Speicherpunkt. Es war vor diesem Haus, wo dieser Zombie uns geschlagen hat oder aus dem Fenster gesprungen ist. Erinnert ihr euch, wo ich meine, naja, und jetzt habe ich mir gedacht, das war, in der 10 Minuten musste ich jetzt anspringen, jetzt habe ich mir gedacht, lasse ich die ganzen Fäller stehen und ja, nehme das hier schon mal alles mit, hier kannst du es haben, weil ich dachte mir, wenn die Fässer stehen, mache ich die mir einfach zu Nutze und ja, war vielleicht nicht so dumm. Ich dachte auch, ich schieße nur mit Persone, daher habe ich wieder so geschossen und ich dachte, ich würde mir immer minen. Ich wollte mir das jetzt alles ein bisschen leichter machen und mich entschuldigen, dass ich tausendmal verreckt bin. Deswegen seht ihr jetzt, wie ich hier ein paar Minen platziere, bevor es da noch weiter geht. Ausrüstung. Mal gucken. Nein, da will ich den nicht platzieren, wenn wir weiter gehen, kommt der ja schon. Ich wollte da jetzt direkt vor der Tür platzieren, der öffnet die Tür uns ja recht gleich. Ich würde mal sagen, wieso denn? Ich will gucken, dass er nicht zu viele Fässer noch mitnimmt. Auf welchen habe ich die Minen ganz unten? Hier packen wir sie mal auch hier und dann habe ich sie gleich. Und 65 Granaten. Aber schluss habe ich auch 30, 40, 46 oder ja. Okay. Gucken wir den nochmal an. Angeber, Angeber. Du bist so ein kleiner Angeber. Hashtag. Großer Angeber. Ah, da ist der Generator angesprungen. Vielleicht liegt sie noch im Krieg von mir. Komm durch, komm durch, komm durch, komm durch. und schluss. Komm komm komm. Nein, 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 war ich wieder so dumm und hab dann nachgeladen, aber schon krass Auf Veteranen hat er eiskalt gespeichert, ich weiß nicht, warum man nicht gescheuert hat Aha, gespeichert, also nicht die Köpfen, die ich noch habe, vergeben, aber nehme ich jetzt mal alle Minen, kümmer dich mal drum, genau, und wenn er dann umfällt, machen wir da gleich noch eine Mine hin, vielleicht macht das ja auch ein bisschen Schaden, ich nehme und dann hoffe ich, dass ich nicht sterbe ja, gut, gucken Du bist so ein lächerlicher kleiner Angeber Vielleicht geht das ja nochmal mit dem Blüten, oder auch nicht so, vielleicht deine ganzen Mitstreiter gleich erledigt Komm, komm, komm Und jetzt, 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 jetzt lauf, 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 lauf Man hat ihn auf jeden Fall erwischt, hier ist noch eine Köpfe Ja, ja, danke schön Komm, komm, komm Ah, was der scheiß Typ auszählt Alter, das ist so gut wie unmöglich Das war dann eine Mine noch, oder hat er die schon aufgelöst, hat er schon alle Minen aufgelöst Weiß nicht, ob das klappt Äh, 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 äh Dankeschön Ja, muss mich ja mal durch So viel Schaden kannst du doch nicht mal einstecken Aber wie, äh, will er so will, habe ich hier noch eine Kriste Und da hat er mich auch getötet, nur weil ich die Kiste nicht erwischt habe Das ist unglaublich Glaublich Ein schwieriger Richtigkeitskranz kann man jetzt auch nicht umstellen, irgendwie, glaube ich Ich werde das Wetter dann doch zu schwerer und jetzt einfach auf leicht Also, ein Wechselteil würde das gehen Jetzt lauf ich ihn jetzt mal weg, so, du kommst Und wenn ja Dann 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 ok Ah, hier war das Jetzt sterb Ich hab ihn gar nicht So, ich hab ihn ab jetzt Für mich ist der Fall nicht stöhnt Du mir den Gefallen und sterb einfach. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh, erst mal eine Karte, eine Entschuldigung, der da. Ja, hier haben wir noch einen. Komm her, gut, ich locke ihn doch nicht hin. Dankeschön. So, komm, und jetzt gebe ich ihn den Kick. Ja, ja. Jetzt bloß nicht verrecken. Jetzt schöne Schofen hinternehmen und jeder. Nee, er ist noch gar nicht tot, er hat uns nur schlüssig. Moment mal. Hat er uns jetzt... Chris, du verrückter Huhn. Mann, das gibt's doch nicht. Was für eine Scheiße. Der lässt Chris sich einfach noch erwischen, wir hätten nur weglaufen müssen. Und ich dachte, der wäre auch tot. Warum lebt der noch? Halt die Klappe und Lauf, wegen der habe ich erst eben nicht geschafft. Pech, ob er Schaden bekommt. Jetzt heile mich doch. Ach, das ist gut gemacht. Ja, das ist gut. Ich suche nur in die Gefahr, dann gibt es nur den Schlüffel. Klar. Geh weg. Auf. Ich krieg den. Wer mir den Sieg versauen kann, kann er auch sich allein befreien. Entschuldigung. Das gibt es doch nicht. Dann müssen wir noch acht bleiben. Nein, das hat man hier. Und dann auch drauf, wenn man ihn trägt. Acht. Und jetzt treten und noch mal treten. Ich habe doch acht ausgewegt. Das war gar nicht mehr acht. Naja, egal. Oder wir hatten einfach gar keine mehr. Ach, fünf. Los, los, los. Lass mich los. Lauf. Loslaufen. Was ist denn schon? Ich bin schon. Ich bin schon. Ich bin schon. Was sind Schlöße da ja sogar schon hängen? Lass mich los, du Penner! Klar, er bestell mich dann auch gleich. Vielleicht einfach nur da drauf zu geben und ein Stück Zeit ab und er lebt einfach noch. Ich hab schon so gar keinen Plan mehr. Ich hab gar keinen Plan, was ich noch machen will. Aha, da oben hängt das Ding also. Oh, ähm, ja, das ist natürlich nicht so gut. Dankeschön. Komm her. Du Wugendsohn! Das ist doch nicht dein Ernst. Daddamm. Wenn ich gut am besten ausrüsten, pack ich hier gleich alle hin. So, so, pack ich hier einfach alle hin. Vielleicht reicht's wahrscheinlich. Ich fülle noch mal 50 Granate aus. 50 Granate gleich mit 5. Ich würde mal sagen, Lauf. Da. Du hast es gut. komm 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 habe ich ihn jetzt getroffen und ich habe dich nicht ja ich habe nichts gesehen hier sind wir nicht Das ist ein Schiff, das ist ein Schiff. Das ist ein Schiff. Hallo, hallo, hallo! Oh nein. Ach, du bist ja. Du Bastard! Wir hatten einen Schlüffel. Nur ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass er wieder aufsteht und Chris töten wird. Hätte ich gewusst, dass er aufsteht, hätte ich gesagt. Los, Chris, rennen geht's und er wird wieder aufstehen und sowas. Das ist mein Name. Komm. Hallo. Ich habe einen Schlüffel. Nein, 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 nein. Toll. Du bist so anstrengend. Ich hoffe, der mit der Trashainster da kommt noch einmal. Ich will nicht mehr. Entschuldigt, der ist schon mal runter. Ich muss auch nicht mehr sehen, glaube ich. Willkommen. Ich bin wahnsinnig. Wir müssen die Umgebung schicken. Wir sind frei. Eben wir. vielleicht hilft er mir dann schnell weg ich hab mir das letzte Monit auf die Tür gegeben aber ja Jetzt aber schnell, beeil dich Chris, beeil dich Chris, Chris Retreat, beeil dich, beeil dich bitte, bitte, ich fang gleich an zu heulen, bitte, 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 los komm, los, nimm das voll, schnell, los, 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 ja, ja, du blöd Mann, ja, du Hurensohn, ah sorry, ich benutze eigentlich Feltenkrach ausdrücken in Videos, aber, ja, 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 das muss ich erstmal feiern, ja, 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 die Folge wird heute leider kürzer, ich bin froh, dass wir es geschafft haben, wir spielen natürlich gleich weiter, ich muss jetzt erstmal was von meiner Lunge zu tun, ja, ich werde es extra nicht erwähnen, was ich mache, manche können sich denken, manche auch nicht, ja, viel Spaß bei der nächsten Folge, haut rein und ja, wir haben es geschafft!